Herzlich Willkommen zu einer neuen DeliDax US Morning Ausgabe, präsentiert von John Gossens DeliDax heute am Freitag, dem 13. Mai 2022. Ich möchte dort anknüpfen, wo ich gestern aufgehört habe, nämlich mit dem Big Picture Blick auf die Technologiebörse NASDAQ. Ich betonte gestern ca. 11,57, das ist so eine Marke, 50% Retracement, die könnte jetzt eben ein Zielkorridor sein und gleichzeitig auch der Korridor im Idealfall für eine technische Erholung. Sollte man dort durchsacken, stünden eben 10.600 Punkte zur Debatte. Jetzt haben wir gestern ein Tagestief gesehen von 11.692 Punkten, haben bereits geschlossen mit 11.945 Punkten und die Future Indikationen riefen den Index aktuell bereits über 12.100 Punkte. Das heißt, man distanziert sich hier schon einmal deutlicher von dem gestrigen Tagestief. Natürlich, gewiss, längst bedeutet dies nicht, dass hiermit die Trendwende bereits eingeleitet ist, sondern man muss sich eben hier wirklich in kleinen Schritten vorantasten. Und zunächst einmal ist der Wochenschlusskurs jetzt von größter Bedeutung, denn kann man sich vom Wochentief auf Wochenschlusskursbasis distanzieren, wäre das zumindest schon mal das erste Signal für eine weiterführende technische Erholung mit einem möglichen Ziel von bis zu zunächst einmal 13.000 Punkten. Ganz interessant auch in Anbetracht eben das Big Picture im Technologie Index Nasdaq. Natürlich passend dazu gibt es auch eben Aktien, die hier wichtige Unterstützungen erreicht haben. Dazu gehört auch die Aktie von Netflix, das wahrhaftige Crash. Der wahrhaftige Crash ist ja eingetreten und die Aktie hat jetzt hier die langfristige Kursunterstützung. Sie geht zurück bis auf ca. 2012, 2013. Also wir sprechen hier über eine 10-Jahres-Unterstützung, sehr verehrte Damen und Herren. Das ist alles andere als von, ja, Bedeutungslosigkeit in diesem Fall. Ganz im Gegenteil. Und ich setze eben darauf, dass auch hier Netflix ähnlich wie der Nasdaq jetzt hier die Kurve bekommt und zu einer richtig dicken Gegenwehr ansetzt. Wir sehen auf Monatsbasis noch ein Minus von 8,43%. Aber wir sehen bereits gestern ein stärkes, oder ist ja ein starkes, ein erstes zumindest Kurs plus von 4,77%. Und das eben in Kombination natürlich mit der langfristigen Kursunterstützung könnte hier schon einmal ganz gut einhergehen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Ich wünsche Ihnen einen Erfolg. Und wir sehen uns also mit yes, vielen Dank. وس